Servus, Willkommen zu einer angemündeten Runde. Dann ist Kraft auf meinem Kanal. Sehen wir, ob es euch geht, dann ist es aber gut. Schön, dass ihr reinschaust. Heute ist es ein guter Tag, um wir den Stärker zu bauen. Wir haben jetzt hier ein guter Tag. Und dann ist es ein guter Tag. Und dann ist es ein guter Tag. Ich finde es besser wie ein guter Tag. Das ist ein guter Tag. Aber nicht. Um gleich zu merken, würde ich sagen, gehen wir noch mal ganz nach oben. Und dann nach oben. Da. Zack. Wollen wir uns gerne gerne, wie war das? Ja, sehr gut. Das ist so nice geworden. Vielleicht kann man wieder wiederholen will auch. Das ist so schön in dem Ergebnis geworden. Da. 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 Was. Das fand ich faszinierend. So, wir wollen ja auch gut vorbereitet sein, das ist, weil es mir jetzt nicht gut ist, weil es gut vorbereitet ist. Ich bin nicht mehr in den Moment. Da. Und dann noch. Da. So, wenn man bedenkt, was wir noch vorhaben, ist es noch eine Nummer, die wir doch so gut in der Sonne ist. So, das werde ich noch ausprobieren, wenn man das hier weg ist. So, wenn man das hier weg ist, wenn man das hier weg ist, wenn man das hier weg ist, wenn man das nicht, dass man das hier weg ist, wenn man das hier weg ist, wenn man das hier weg ist, wenn man das weg ist. Wenn man da weg ist, dann kann man es auch noch nicht machen. Ab Montag, vielleicht ab Dienstag, kommt man in die erste Folge, 7 Days Version 1.0, da bin ich dann sehr gespannt drauf. Das war das prima Wachenende von 7 Days, aber selber spielen ist ja immer noch was anderes, was ich finde ich. Ja, ich habe doch ganz gut was gesehen. Juh, den können wir sofort bauen. Ich frage mal nur, ja das macht primär Wärme. So. Ich müsste kurz noch aufschätzen. Ich habe lange Zeit beim Brötz hier. Naja, wir backen erstmal, dann haben wir noch viel mehr Brötz. In der Weihnachtsbankerei. Hm. Hm. Ja, das sieht doch lecker aus. So. Ja. Dann haben wir den Gaskopf. So. Wir brauchen noch. Juhu. Dann planen wir noch so viel. Leiterbrötzen. So. Es wird heute auch noch gerne in Regis hochflicken. Ich bin der Erstfraggele. Ich rufe vier. Aber erst kommt. Er ist ganz. Da ist. Das ist. Da geht. Und dann gar sie. Wir haben so viel. So viel. Jetzt. Es ist schön. Aber für einen anderen Teil auch ein bisschen langweilig. So. Dann auch mal einfach mal hier hin. So. ein bisschen rum. So. Okay. So. Jetzt mal, ob das so was wird. Wir gehen jetzt especially mit drohen. Trinken haben wir, essen haben wir auch, also können wir auch gleich die Esgereisung lang gehen, Achtung bauen, so, hier habe ich auch noch eine der Schmuck gesetzt, das haben wir eigentlich sein Achtung, jetzt, weil wir eigentlich sein Achtung, jetzt, weil wir eigentlich sehr gut sind, nicht, aber, ja, wir werden ja nicht mehr, aber, ja, wir werden ja nicht sagen wir mal, dass da, es da geht, an den Pflänchen. Okay. Okay. So. 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 Und wie geht das denn? Kann ich das einfach? Die kriegen wir das jetzt an, wenn wir die Schuhe haben. So. Ich bin nur dumm, da, lege, 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 lege. Lege klar, die ließen dann in dem Groen im Portet. Aber man, na egal, gehen wir noch nach. Und dann müssen wir erstmal gucken, ob wir das Bruder war. Auch da habe ich bereit gekriegt, wo ich knappe Giste. Nein, das habe ich noch nicht mehr müssen. Den Kleinen noch mal kurz aufdränken. Und dann... So, und dann geht's auf. Für meine ersten Starreise. Boah, wie nennt man das Blüten? Blüten oder nicht? Lebebocken auch nicht. Ah, wir nennt einfach Starreise. Und da gehen unsere ersten. Da. Da. So, aus der Beigung, das aime. Deine..... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, da werden wir noch nicht. Aber auch hier, wo sein ist. Okay. Wie das bei mir zurückgeben ist, dass das eigentlich geschlossen war. Ich glaube, das war immer noch gar nicht mehr. Ich glaube, das war immer noch gar nicht mehr. Ich sollte sagen, die verkassen das Ganze ein bisschen. Und ich gehe noch zurück, so wie es geht. Und da wollen wir uns verlaufen ein bisschen drum. Hm. So. Hm. Cool. Gut. Jetzt werden wir uns drücken. Die werden wir jetzt längst. Ich will nur noch nicht mehr. Ich bin gerne noch nicht mehr, sondern auch. Ich bin immer noch nicht mehr. Ich bin immer noch nicht mehr von mir. Von mir schon so etwas zu war. Aber da waren wir da. Wir haben eine Leckerbümpfe. Wir haben eine gefunden, ich glaube, der Kuh. Dann können wir gleich mal das eine Bümpfe gebrauchen und gucken, was dahinter steht. Beim Lack. Wir müssen uns das, die wir nicht langweilig machen können. der 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 Ja Oh blö, nice Wenn ihr das aber auch was wiederfinden solltet ihr werdet, was verschüttet ist, das wäre cool. Da kann man immer mehr gebrauchen. So, der Rest bleibt hier. Aber auch nicht. In der Fall geht es auch noch nicht nehmen. Da sind ja gar nicht so, dass ich da auf dieser Welt vorhin gerne auch was für uns bringen kann. Da. So. Schwere Entscheidungen. Aber es gibt keine Läder. So. 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 Ja, weil wir haben ja so ein bisschen, ja, da gibt es mehr als einen. Ja, wenn wir jetzt auf dem Dach lagen, hätte ich ja sogar gehen und meine Funktionskämpfe müssen wollen. Jo, hier kommt ein Riesenspaß. Wie kommen die hier raus? Da war die anderen Prax, die eigentlich nicht blöde. Ja, da war die Dach. 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 Ja, da war viel fertig geguckt. Kann das sein? Da haben wir geguckt, ob ich noch sehen kann. Und dann würde ich sagen, noch mal einen kleinen Überblender, das hier ja raus sind. Also bis ich den Ausgang gefunden habe. Ja. 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 Das war gar nicht mein, aber da war keine Käste, die wir dann mal geöffnet haben. Das ist aber sehr gut. Und das Essen und so hat der Kleine auch noch. Und so hat das war. So. Okay. Das ist so cool. So blablabla, niggler okay. So. Ah, gut. So, das soll nötig sein. So, ähm, so. Ja, sehr leid, die Ausgänge zu gucken. So. Ich denke mal, das wird erfolgreich sein, aber wir vorbereiten. Okay. Ich denke mal. Dann werden wir erst die Folge zwei teilen. Dann machen wir einen Cut. Wenn Nieder ein bisschen gut gefunden hat, dann hat man einen Daumen nach oben da. Und ein Abo wäre auch mega cool. Bleibt mal gesund. Bleibt auf uns auf. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. In der nächsten Folge. In der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.